Endlich wieder draußen im Café sitzen, mit Freunden treffen und den Sommer genießen. Das Leben fühlt sich mittlerweile wieder etwas normaler an und Corona scheint ganz weit weg. Ist es aber leider nicht. Das Virus ist ja immer noch da und solange es keinen Impfstoff gibt, kann uns relativ schnell eine zweite Infektionswelle erwischen. Das Gute ist, wir haben es selbst in der Hand, ist dem Virus so schwer wie möglich zu machen. Entscheidend ist dabei, dass wir neue Infektionsketten so früh wie möglich unterbrechen. Mit der Corona-Warn-App ist jetzt ein weiteres Puzzleteil dazugekommen, das dabei helfen kann. Was Infektionsketten überhaupt sind, warum es so wichtig ist, sie zu unterbrechen und was die neue App damit zu tun hat, das möchte ich mit euch zusammen in diesem Video anschauen. Bleiben wir mal im Café. Stellt euch vor, ihr sitzt zu dritt an einem Tisch. Plötzlich hustet am Nachbartisch jemand kräftig direkt in eure Richtung. Weder euer hustender Nachbar, noch ihr selbst wisst zu dem Zeitpunkt, dass er mit dem Coronavirus infiziert ist und gerade eine fette Ladung Viren in die Luft geschleudert hat. Wenn ihr Pech habt, infiziert ihr euch alle drei und gebt in den kommenden Tagen das Virus ebenfalls an Menschen in eurem Umfeld weiter. Denn eine der miesen Eigenschaften der Coronavirus-Infektion ist ja, dass ihr schon andere Menschen anstecken könnt, Tage bevor ihr überhaupt die ersten Anzeichen der Krankheit spürt. So nimmt dann, etwas vereinfacht erklärt natürlich, die Infektionskette an Fahrt auf. Damit daraus dann nicht wieder ein riesiger Corona-Ausbruch entsteht, müssen die Infektionsketten so schnell wie möglich unterbrochen werden. Das Problem ist allerdings, dass das bisher übliche analoge Tracking über die Gesundheitsämter bei diesem Tempo einfach nicht mithalten kann. Mal abgesehen davon, dass es oft auch gar nicht möglich ist, alle Kontaktpersonen zu finden. Ich könnte mich nicht mehr daran erinnern, wer vor einer Woche im Café hinter mir gesessen hat. Und hier kommt die Corona-Warn-App ins Spiel. Die App informiert euch, wenn ihr euch längere Zeit in der Nähe von jemandem aufgehalten habt, bei dem später eine Infektion mit dem Coronavirus festgestellt wurde. Es werden also auch Begegnungen mit Fremden im öffentlichen Raum erfasst. Also im Café, aber auch in der U-Bahn, beim Sport oder wo auch immer. Digital erreicht euch diese Info wesentlich schneller als bei der bisherigen analogen Nachverfolgung durch das Gesundheitsamt. Dadurch könnt ihr dann entsprechend schneller reagieren und Schutzmaßnahmen ergreifen. Euch also zum Beispiel umgehend testen lassen oder in Quarantäne gehen, damit ihr niemand anderen ansteckt. Fachleute haben große Hoffnung, dass wir es mit der App schaffen können, das Virus einzudämmen und unser Leben wieder zu normalisieren. Die App kann allerdings nur dann wirken, wenn möglichst viele von uns mitmachen. Das ist ein bisschen so wie beim Fußball. Um zu gewinnen, müssen sich alle in der Mannschaft reinhängen. Wissenschaftler gehen davon aus, dass sich der volle Effekt der Corona-App erst zeigt, wenn 60% der Menschen in Deutschland mit an Bord sind. Das wären etwa 48 Millionen Leute. Weil die Nutzung der App ja freiwillig ist, könnt ihr deshalb viel zum Erfolg beitragen, wenn ihr eure Freunde, Familie und Kollegen überzeugt, mitzumachen. Wichtig ist natürlich auch, dass die App richtig genutzt wird. Das heißt, ihr solltet euer Smartphone wirklich immer dabei haben, damit eure Wege im Falle eines Falles nachvollziehbar sind. Und falls ihr positiv getestet werdet, solltet ihr das Ergebnis über die App teilen, damit mögliche Kontaktpersonen automatisch gewarnt werden können. Wenn ihr von der Corona-App allerdings erwartet, dass sie Alarm schlägt, sobald ein Corona-Infiziter in eure Nähe kommt, muss ich euch enttäuschen. Die App hat keine Information darüber, ob die Person neben euch in der U-Bahn Corona-positiv ist. Das ist zum Glück allein schon aus Datenschutzgründen in Deutschland nicht erlaubt. Die Corona-Warn-App kann also ein wichtiges Puzzleteil werden, um das Coronavirus in den Griff zu kriegen. Aber eben nur eines. Deshalb sind zum Beispiel Maske tragen im Supermarkt oder Abstand halten zum Nachbartisch im Café immer noch so wichtig. So können wir uns alle gegenseitig schützen und dafür sorgen, dass der Alltag nicht wieder heruntergefahren werden muss. Das war's.